Herzlich Willkommen zu einer Rattungsvergabe-Karte Evo Thüringen. Ich sehe gerade 5.13 ist fertig. Klare Änderung. Das mal beenden. Und dazu müssen wir die Maschinen ausfüllen. Und zwar 13.13. Hat er übersprungen jetzt? Ne, ne? Ach da. Nun ist ja die ganzen anderen Mission weg. Was dünnig war. Das Klingelprobleme ist, müssen wir nicht kalt reduzieren. Das wird auch schaffen alles. Das heißt, wir müssen noch mal sehen, ob ihr die Sackgutmache zurückkriegt. Und dann gleich weiter arbeiten können. Das heißt, wir müssen dann ganz schnell zum Hochfahren. Wackgut holen und dann weiter arbeiten lassen. Der eine arbeitet noch. Der hat noch bisschen was. Aber auch nicht viel. Hier. 23 Prozent. Hier können wir durchfahren. Das macht denen nichts. Das ist ja Feldmission. Das kommt dadurch, weil wir nachts ausgesehen haben. Und nun ist ja über Nacht gewachsen. Und die Ausruhen ganz fertig. Das heißt, in jedem Augenblick ist wirklich Zeitstufen drinne. Was uns nicht weiter stören sollte. Weil wir, wenn das Feld eh die Erden in dem Sinne müssen. Wir könnten, wir müssen nicht. Denk mal, wenn wir Mais haben, haben wir mit dem Platz zu tun. Mit unserem Maisfeld. Aber mal sehen, das macht man lange nicht armt. Und. Hier geht's zum Händler, ne? Oder? Nö. Wir müssen die nächste Kreuzfeld rechts nehmen. Ah, wir sind doch richtig. Hat es doch nicht so viel verändert gehabt. Ich würde sagen. Wir sind doch hier richtig. Aufnahme läuft. Ja, sehe ich. Ja, 13 ist fertig. Haben wir wieder Geld verdient. Wollten wir eigentlich noch schnell den 12 machen. Wird ja dann jetzt auch nix. Wollen wir mal sehen, ob wir Maschinen voll kriegen. Ob wir das abschließen können. Ob wir das abschließen können. Ob wir das abschließen können. Der Dünkt ist ja fertig. Dann können wir gleich zwei Düngeaufgabe erledigen. für unseren Feldern. Hätten wir gleich kaufen müssen. Aber gut. Egal. Dann können wir mal einen Traktor hören können, ne? ich halte mal die sonne heute nein aber welche wieder wegen also die rutschen würde wird man nicht der deckel aufmachen den jahr gleich auf die zwölf während er sich ausfüllt die fahrt gut wir schauen so lassen wir mal die zwei fliegen, dann lassen wir die nicht So lange rücktappeln, dann lauf lieber rüber. Ja, das ist ein einziger Zunge, das ist auch gut. So, da geht's zu, genau in sich. Dann können wir den Geräten gleich weiterarbeiten hier auf dem nächsten Felder. Anstehen. Keine Ahnung, das Dünger sagt gut recht aus. Dort verschätzt. Mit viel Fahrzeugen wäre es nicht passiert. Aber gut. Das nächste Mal ein Schlauer. Wir wollen genau, weiß ich auch nicht. Also, die habe ich gemacht mit dem Felder. Jetzt habe ich mich später zulegen. Ich glaube, die Saat muss jetzt rein. Da haben wir uns ein Problem. Wir wollen die Leichtraube essen. Gute Kernlosen. Das war ein Angebot. Nicht zu bleiben. Ja, da haben wir schon angefangen. Wir zeugten an unserem Maisfeld hier. Das sind jetzt zwischen die Bäume und dem Punkt, wo wir waren. Jetzt bin ich gespannt, wie das Kabine macht. Da sind ja alles gewachsen. Da sind ja alles gewachsen. Ganz gut. Hier die kahlen Stellen, wo man angepflanzt ist. Ein Gerät alleine wärst du braun. So. So. Angekommen. Ausblatt mich. Kletzter. Nicht im ersten Weg, komm ich. Oh, älter. Ah, zwei Fettel. Ah, gut. Okay. Mal kurz sprinten. Jetzt kommen wir hier an. Locking. Wieso? Ist ja auch leer. Das ist ja. Mal sehen, was der macht jetzt hier. Dann ist ja auch leer. Aber im Glück und nur Probleme. Wäre noch ein Überladerwagen schauen müssen. Für Sargut. Ich glaube, die Fahrzeuge 70 kmh fahren. So, wo liegt aufmachen. Kommen wir hier noch. Genau. Ja. 2, 3, 4, 5, 5. Für Freitag. Es war einen schönen Freitag. Freitag? Nein. Nicht vor. Naja. Es ist schon sehr bedenklich. Aber okay. Ich muss die Reihenfolge ändern, sodass alle Folgen im Vergleich sind. Aber das macht nichts. 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 Hauptsache, wir haben keine Folgen vergessen. Oh, siehst du. Heute aufnehmen. Morgen arbeiten. Morgen führen wir mal hochladen. So. Hauptsache, es fällt mir auch wieder an. Aber ich denke schon. So. Jetzt haben wir später Frühling. Tag 5. Dann kommt morgen noch mal ein Tag Frühling. Dann kommt schon Sommer. Und dann müsste bald das erste Getreide reich werden. Dann muss bald Ernte-Einsätze haben. Das geht auch gar nicht wie ich dachte. Die Sonnenblut wachsen hier nicht. Aber das muss man nicht hören. Unser Malz wächst gut. Das ist grün. Das ist nur die Wildspanne hier. Und jetzt kommt mal ein Tag. Oh, Kaffee. Das ist Kaffeezeit. Ja. Und jetzt drüber. was ist bevor es wieder kalt wird muss man die große Maschine machen die machen sich nicht leer, steckt voll techniker ich kaut doch nicht salz ein hier dünger dröckel auf, oben rum, die wiese aber noch bearbeiten Da müssen wir noch was tun. So, gucken wir mal die Kühe machen. War der gar nicht leer? Ja, ja. Langt auf 100 Millionen. Mission. Äh, 11? Wie weit noch? Nee, nee. Und 19 mal fertig. Das war nicht fast fertig, dann müsste der Part durch sein. Der arbeitet, lass ich. So, wenn. Wenn der nicht leer war. Bei verkehrten genommen. Ungünstig. Na gut, egal. Nächste Änder. Vielleicht brauchen wir das nächste Mal. Hier hätte so ein großer Überladewagen gut gemacht. Ach, schon wieder Regen. Oh, das ist nur in Thüringen los. Regen, Regen, Regen. Schon wieder futzen hier. Oh, die sehen doch echt aus, ne? Ja, Dünger ist im Acker. Zum Glück ist unser Mais schon fertig. Das war schon vorgedrückt gewesen. Da ist ein Specht. Oder ein Traktor. Irgendwann. Packen wir mal auf, auch wieder. Entschuldigung. Da. Kurve. Feierler am Rohr. Ein Träner fliegt bald. Das haben wir glauben. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber im Grunde haben wir selbst schuld. Unruhe eingebracht. Unnutzterweise. Sollte einer irgendwo direkt der Probe enthängen. Der Volk gar nicht. Ah, schlecht. Der Müller. Der Müller lässt auch nicht spielen. Der wird auch nicht so häufig. Ne. Kann nichts heißen. Fudis. Der Blatt auf der Reine. Der O. aber ich glaube ich glaube das andere verkehrte das heißt wir müssten den immer so stehen lassen wir können auch tauschen der ist jetzt rechts hinten ja eher mitte oder sowas dann kann der hier weiter arbeiten beziehungsweise da muss er weiter arbeiten der ist dann rechts und der ist leer 100% über das andere nicht leer gewesen dann kann ich noch ein bisschen was tun wenn wir den klick haben kommt die meldung fertig so hinten kann er schon mal arbeiten dann kann er da weitermachen ok so liebe Freunde das war's freundlich gewesen ich danke fürs Einschauen und wie es ausgeht in diesem Feld können wir uns sehen jetzt hat man Füße um den Winkel tschau tschau mal gucken wir uns jetzt ja morgen wieder und dann kann man den Lebensraum kennen tschüss dann dann Vielen Dank.